heute habe ich mal von fundi's cake company mini donuts creamy hergestellt in importeur ist niederlande ok wollen wir mal gucken wie die dinger schmecken keine ahnung sie sehen ja fast so aus wie auf dem foto eigentlich mal überhaupt nicht das vergleich hier sehen die dinge aus wie donuts und hier sehen die dinge aus wie ich habe keine ahnung ok also hier wird milch drinnen angezeigt aber hier ist keine und auch äußerst trocken muss ich sagen sogar mit der schokolade draußen die aus das trocken ich weiß nicht ich weiß nicht hier in deutschland kann man die dinger glaube ich in einem euro land oder so da habe ich die her kaufen ja die schmecken nicht sonderlich gut also nicht mein geschmack weil ihr pack 12 mini dhz for sharing ja es ist aber auch das einzige was man damit machen kann ich wünsche euch noch einen schönen tag bis denn dann tschau